Hey Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, hier ist euer Colonel Kubi und diesmal mit den Sunflowers Cut 1 von Brückhof. Habe ich jetzt so noch gar kein Video gefunden bei YouTube, als ich das letzte Mal geguckt habe. Vielleicht ist das jetzt mittlerweile anders. Auf jeden Fall bin ich ganz gespannt wie die sind. Sehen aus wie diese Pirouetten. Wollen wir die gleich mal testen gehen. NEM haben die 6,4 Gramm, also 1,6. Steht da sogar. Für die ganz blöden. Hier nicht rechnen können. So, auf jeden Fall genug Packung angeguckt. Jetzt gehts ans Zündeln. Hallo. Hallo. Mach die gerade auf dem Haus. Kasten. Ja. Wir sind da gar nicht schlecht. Einer von meinen ist glaube ich nicht hochgegangen, oder? Ja, ich glaube schon. Haben alle Löchers. Den ganzen Müll müssen wir auf jeden Fall noch wieder aufsammeln. Einen habe ich jetzt hier noch in der Hand, ne? Oooooohhhh. Die sind aber ganz nett. Jawohl! Untertitelung. BR 2018